Ich habe es wieder hier. Wir fehlen 6 oder noch du blühen. ich bin nicht da muss er noch so bei einem Knochen war Das könnte er auch dahin holen. Ich bin gut ahead jetzt. Ich will das erst mal ganz kurz klarstellen. Du spielst grad gegen den Grandmaster Player, ne? Grandmaster. Grandmaster. Shalimyor. Mit Yasuo. Mit deinem Yasuo. Das geht doch. Das ist doch nice, Digga. Du kannst ja einen Ranked mal spielen. Ich kann ja einen Ranked mal spielen. Warum? Keine Ahnung. Okay. Für unseren. Das kann man ja so nicht carryen. Ja, Digga. Weil du kein Practice hast. Du kannst ja ein bisschen practicen einfach. Ja, genau. Kein Practice. Ja, boxen wir den jetzt oder was? Ich hex vielleicht gleich rüber. Ah, ich hab Norddeck zu viel gemacht, man hört. Seilus könnte da sein. Naja, ist gut. Lass mal Kleine. Gut nicht. Eigentlich... Ist der bad für den Seilus. Ja, willst du die Web haben? Nein. Oh, du bist von Siders gegankt. Pass auf. Ganked bei Siders. Digga, wir könnt ihr gegen eine Kettel spielen, die 70, 80 und 20 Crit hat, Digga. Was? Der hat ja richtig keine anderen Stats. Ja. Der hat ja nichts für den. Den 70, 80 und 20 Crit, Digga. Das ist einfach ganz klar. Wow. Oh, so ist der Mist da? Oh, so ist das Stats. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es ist ein Gravesman, vielleicht Das ist ein leichter. Wichtig. Oh, nice. Oh. Junge! Gib it! Wiederholten müssen. Okay, Twitch! Everything black. Nice. Ah, Ketel ist da. Hast du das gesehen, Ketel? Das ist total. What the fuck is da? Ich hab ja eher der Hulten bin. Ich hab ja nicht gesehen, dass der Bitch da ist. Hier, mich konzentrieren muss... BALLATCH! Oh mein Gott, Digga. Was ist das denn im Jungle-Diff eigentlich? Irgendwie. Das heißt einfach Spanio. Das heißt einfach Spanio. Das heißt einfach Spanio. Das heißt einfach Spanio. Sie kretet mich halt! Digga, der Damage von ihr! What the fuck? Digga, was ist das, man? Moin! 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 Digga, sie macht einfach... Dabei lass Mitte töten! 1000 Damage für den Blitz. Go, 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 go! Wo? Digga, wo redest du? Mit dir! Hey! Mit wem dem Sun-Sneaker! What the fuck? Wahrscheinlich komm ich in der Mitte und kill dich. What the fuck? Hallo? Ja, okay Digga. What the fuck, man. I guess wir geben einfach beide Turrets ab jetzt. Damit du deinen Wolves kriegst. Wir kennen nicht mal den Udi jetzt, wegen der. Hallo? Willst du was sagen? Halt doch mal deine hässliche Fresse! Ja, aber warum Trollst du? Ich will doch mal die Tour! Ey! Ich'll nie... Ja! Du musst dir töはいe! Ich bin nicht da! Hab' dich eigentlichen nicht so ohne Markkuss... Ich bin natürlich noch da! Ähや, ihr beim Deikider. Hab' geflasht! Ganz ehrlich, gefehlt! Mit dir ist behind, Kindergeisi is behind. Ah, kommt leider, keiner mehr noch. wir sind früher besser die kätern zu karten wird ist behind die sind alle behinder ich kann mich verlieren so diesen pilen ist ja das meint was er die kälte den mache zu viel damage wollen nicht fighten ist okay nehmen wir einfach ist es mal der Ich hab ein wichtiges Item in der Base, am besten fighten wir jetzt nicht. Ja. Ich hab sie gott auf Planet World Action her. Graves ist topside, bei 3. Fall dodge. Fall dodge. Zu der Moor. Ja. 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 Der Rudi ist halt am wenigsten. Ich kriege halt den Inventor jetzt. Ist nicht so nice. Ist ok. Ich hab gleich die P. Rudi kommt von hinten, Homo. Können wir auch nicht stehen? Weiß ich nicht mehr. Ist auch keine Ergun zu dir. Ja, ich weiß. Er ist da lang gelaufen. Er will den anderen jetzt nehmen. Ich hab keine UL. Habt ihr Red Trinket? Machen wir Red Trinket an. Ok. Ein bisschen problematisch. Ich bin nicht hinter Platz. Er kann aufgeben. Ach, scheiße. Mit Ruck rein. Aber ja, 5 Kills hat die Geld dann. Die haben halt zu viel CC, damit Synch rankommt. Die, falls die wir hätten nehmen können, nehmen wir nicht. Und die, falls die wir nicht nehmen dürfen, nehmt ihr einfach oder was? Ja.